Was willst du denn machen? Eine scheiß Juwelen verfinden oder was? Wo bist du? In der Zelle. In der Innenstadt. Und bei der Spirale. Alles klar. Bleib wo du bist. Mir fällt was ein. Ich schwör's. 20 Minuten, okay? Ach was, ich geh jetzt einfach da rüber zu Bollern und hol ich mir die 100.000. Schwach sie nur auf damit. Wieso? Ronja hat gesagt, die machen 200.000 am Tag und jetzt ist Mittag, da muss doch die Hälfte da sein. Du spinnst, du tust überhaupt nichts. Du bleibst genau da in der verdammten Zelle und ich komm jetzt. Ich mach nen Überfall, was sonst? Hast du nen Knall? Ey, du machst gar nichts. Du bleibst genau da und ich... Ich komm jetzt. Ja und dann, hä? Dann helf ich dir. Mir fällt immer was ein. Mann, Lola, wach auf. In 20 Minuten bin ich entweder tot oder durch das Geld verhandeln und hol mir das Geld. Nein, warte. Warum denn? Weil ich es will. Ich helf dir, ich krieg das Geld. In 12 gehe ich da rein, dann warte ich nicht. Stop.